Allah subhanahu wa ta'ala sagt, كلما نضيجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Jedes Mal, wenn ihre Haut im Höllenfeuer, und das Höllenfeuer, sollten wir wissen, in einer authentischen Überlieferung ist 69 Mal heißer als das Feuer in dieser Dunia. Und in einer Überlieferung bei Imam Ahmad 99 Mal heißer. In diesem Höllenfeuer werden sie bestraft werden. Ihre komplette Haut wird durchgebrannt werden. Wallahi, wenn du nur einmal eine Person gesehen hast, der aus einer Wohnung flüchtet, wo es nur etwas an Feuer gegeben hat, dann sagst du, wie sieht diese Person nach Sekunden aus? Was denkst du über eine Person, der im Höllenfeuer, was 69 oder 99 Mal heißer ist, wie diese Person danach aussehen wird?